Er kann kein Deutsch, er kann kein Englisch, wenn er spricht dann Zasenenglisch. Er approved und er requested, mietet, brings up und er chatted. Boston, Mailand, London, Wien, nur zur VCC nie hin. Topics shiften, Workflows leveragen, abends sicher auch mal bebeveraged. Manager, wir haben dich durchschaut, ich wär nicht gern in deiner Haut. Manager, du Bürotüran, wie schaust du dich im Spiegel an? Wie willst du je Erlösung finden mit all deinen begangenen Sünden? Alles kommt auf einen zurück, ich wünsch dir garantiert kein Glück. Ist Auditproof und Incentive geil, verkauft gern auch dein Seelenheil. Verteilt an uns seine To-Dos, doch wer bekommt den Blätten-Bonus? Sein Team baut Tools mit allen Features, er liest noch nicht mal die Procedures. Wenn sich jeder nur noch eins wünscht raus, wir kommen in seinem Ehrenhaus. Manager, wir haben dich durchschaut, ich wär nicht gern in deiner Haut. Manager, du Bürotüran, wie schaust du dich im Spiegel an? Wie willst du je Erlösung finden mit all deinen begangenen Sünden? Alles kommt auf einen zurück, ich wünsch dir garantiert kein Glück. Manager, du Bürotüran, wie schaust du dich im Spiegel an? Fährt seine eigenen Leute an, ich glaub es hackt. Und ist mit Hohn und Spott bepackt, da ist man gerne untertan. Fährt seinen Porsche Polaro ganz, das stimuliert den kleinen Schwanz. Gibt seinen Kindern ständig Feuer, dies morallose Ungeheuer. Manager, wir haben dich durchschaut, ich wär nicht gern in deiner Haut. Manager, du Bürotüran, wie schaust du dich im Spiegel an? Wie willst du je Erlösung finden mit all deinen begangenen Sünden? Alles kommt auf einen zurück, ich wünsch dir garantiert kein Glück. Erlösung, wie schaust du dich im Spiegel an? Untertitelung des ZDF, 2020